Das nächste Türchen ist Nummer 18 und drin ist eine Tasche. Ich würde sagen, wir machen es mal komplett aus. Also was man hier schon mal sieht, klar Toolkit und übertrieben krasse Steine. So ein kleiner Einblick in die verschiedenen Steinchen. Ab B ist dabei, Strass ist dabei, Sondersteine sind dabei, also da hat man schon allerhand. Es ist tatsächlich eine Tragetasche. Man kriegt die hier nicht ganz drauf, aber das ist sie. Das Rascheln lässt sich jetzt nicht ganz verhindern wegen der Klebefolie vorne drauf, aber die Nähte sehen gut verarbeitet aus. Ich sehe jetzt hier auch keine extremlosen Fäden. Also die Nähte finde ich jetzt so auf den ersten Blick recht sauber. Die wird auf jeden Fall extrem glitzern, alleine durch diese Sondersteine, die dabei sind. Die Tasche macht dann auf jeden Fall was her. Ich glaube, wenn die fertig ist, sieht sie schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, aber das ist in diesem Türchen drin. Auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Das sieht man, glaube ich, nicht unbedingt in jedem Kalender. Ja. Ja. Ja.